Jo, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid gut aus dem Bett gekommen und habt jetzt einen nicen Start in die neue Woche. Heute ist ja wieder Montag. Ich glaube, bei den meisten sind es noch ein paar Wochen bis zu den nächsten Ferien. Ich glaube, gerade hat irgendwie nur Hamburg aktuell Ferien. Zumindest meinten das einige. Ja, auf jeden Fall schauen wir uns natürlich wieder, wie jeden Tag, gemeinsam den neuen Vortrag an und reacken darauf. Es soll heute wieder ziemlich heftige Sachen drin geben. Also, let's go! So, und zwar haben wir, okay, wir können direkt, gibt es nicht irgendwie, hier unten rechts gibt es so einen Button an den Anfang, können wir direkt mal draufklicken. Gibt es einen, einen neuen Emote, Bürofahrt, ist ein Fortbewegungs-Emote, okay. Oh, oh, damit kann man sich dann fortbewegen. Oh, das finde ich cool. Damit kann man dann wahrscheinlich einfach so durch die Gegend fahren, mehr oder weniger. Den finde ich geil, den werde ich mir direkt hier holen. Ich verschenke den heute auch wieder an meine Kraltist-Supporter, also an die Leute. Oh, guck mal, hier, ich habe noch einen eingetragen, die meinen Credit-Code Snoxy eintragen und mir davon ein Bild auf Insta senden. Die, äh, die verschenke ich heute wieder den Emote hier, gleich zweimal. Dann haben wir, äh, das gesamte Falken-Clan-Set drin. Die Kunia, der Kenji und natürlich auch der Falke selber. Ziemlich heftiger Gleiter und auch die Hacke. Warte, gibt es zwei Hacken? Ja, genau, es gibt zwei Hacken. Äh, muss man beide einzeln kaufen, kann man nicht so switchen. Dann haben wir wieder dieses Neon-Set drin. Finde ich nicht, also ich finde die Skins sehr geil, aber sie sind mir ein bisschen zu auffällig. Ich glaube, da bist du halt ein richtiges Opfer auf der Map, wenn du, wenn du den Skin spielst. Das schreit schon quasi für mich so, yo, hier bin ich, tönt mich bitte. Auch wenn die Sachen natürlich mega, mega heftig sind. Also wirklich, das ist ein richtig optisch geiles Set. Ja, das ist wirklich ein richtig geiles Set. Wirklich eins der besten Designs, die ich bisher in Fortnite gesehen habe. Dann haben wir noch die Marki-Meisterin mit ihren zwischen zwei Stilen. So und so schaut die aus. Hat auch einen Shrimp auf dem Rücken. Dann geht es weiter mit dem Verwüster. Oh, den hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr drin. Warte, ich gucke mal ganz kurz nach. Mh, als ob. Der war jetzt einfach 740 Tage nicht im Shop drin. Was zur Hölle? 740 Tage. Ich habe ihn mir damals gekauft. Ist ein richtiger OG-Saison-1-Skin. Der ist heute einfach wieder da. Ich weiß noch, zu diesen OG-Zeiten war der immer im Shop drin. Ja, einfach back heute im Shop. Dann haben wir Daumen hoch. Ja, hoch und auch Daumen runter. Bei die Modes jeweils 200 V-Bucks. Und natürlich auch noch Mega-Moves. Kool-Ey-Mode für 500 V-Bucks. Pakete sind von Marvel noch alle da. Schaut gut aus. Kratos, alles okay, alles wie gehabt. Also hat sich nichts verändert. Alles immer noch drin. Wie gesagt, wenn ihr ein paar V-Bucks braucht, einfach hier den Credit-Code SNOXY eintragen. Und mir ein Foto davon senden. Also ein Foto mit eurem Handy davon machen. Und mir auf Insta schicken wird, das ihr heute da eingetragen habt. Dann könnt ihr heute V-Bucks hier für den neuen Emote oder für was auch immer gewinnen. Außerdem an alle Leute, die bis hierhin geschaut haben, öffnet jetzt gerne mal kurz die Videobeschreibung. Und klickt dort gerne auf den Mein-PC-Link drauf. Irgendwo steht da relativ oben in der Videobeschreibung steht Mein-PC. Und da hinten ist so ein Link. Den kann man einmal am Tag anklicken. Da kommt jetzt so Hightech und die tracken quasi, wie viele Leute da jeden Tag einmal draufklicken. Also wenn ihr helfen wollt, gönnt da mal kurz einen Klick im neuen Tab einfach öffnen. Wäre mega lieb von euch. Danke für den ganzen Support hier, der das jeden Tag macht. Kuss wirklich an euch. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann würde ich sagen, war es das schon zum heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns dann wahrscheinlich entweder vielleicht später spontan auf Twitch oder morgen zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Tschüss.